jederzeit auf den sendetiven zu treffen solltest deinen namen im mr voicelag ändern das stimmt allerdings general voicelag erteilt uns die befehle was will er? jetzt bin ich ja in der base und kein anderer ich hab mich gerade verarscht ah doch da hinten da ist Alpha ich bin aus Alpha der Spaß er hat der er zeigt gerade den Generator wo ich hier sehe ich lauf den Material jetzt jetzt hat der Pech jetzt hat der Pech und sterben hundertprozentig da kann ja Pech gehört oh ich bin voll in ne Mine rein BÄM jetzt hat der Ingenieur mal Pech gehört 60 selbst mit seinem Kapanzer ja der Panzer steht jetzt hier leer da der Typ ist jetzt down und ja jetzt steht dem Panzer auch lustig drin ja jetzt steht dem Panzer auch lustig drin da komm ich da komm ich ich hab euch kapverdicht so ähm was soll ich einen Sandra wieder spawnen lassen ne ich hab' schon vier Kits gemacht ich bin ja der ganze Leid jetzt kommt noch Sandra dazu hihi hab die Base hier gerade eingenommen oder spinn ich ich habe immer noch in der anderen base sind wir mal ein panzer kaufen oder irgendwas? ach du bist tot der macht uns ruhig die typen waren da sind irgendwie 3 oder 4 typen ach du bist bei mir? ja ich bin hier gerade gespawnden das ist ein gegnerischer panzer äh sundry übrigens ja ich habe aber nichts was schlagkräftig genug ist könnte aber keiner zu Hause sein ach ihr seid da unten ich komme da mal hin aber mit dem visier treffe ich gar nichts mehr voll der fehlkauf wow wow ich gehe jetzt da hin wo die 5 ist ich habe mittlerweile 6 kills hier drin gemacht und ich bin hier immer noch ganz alleine ja wie wäre es wenn wir mal wirklich alle mal wieder zusammen kommen das bringt doch nichts wenn jeder woanders ist das ist doch echt blöd ja das ist wirklich blöd aber wir könnten die base jetzt noch einnehmen das stück jetzt hier noch dann wollt ihr nicht zu mir kommen das ist wirklich sehr schön hier hier ist ein terminal das gehört nicht mir ich habe kein leise soll ich den sandra mitbringen oder ein panzer ich bin so schnauern ich komme auch nicht zu mir ähm huber und ich sind ähm alle 4 ja ich gehe jetzt hier hin und da kann man sandra und quads und so kaufen ich weiß das wir machen wir machen eine quad party wir machen eine quad party hierher wäre ganz gut aber wartet vielleicht tun wir uns doch noch zum panzer wenn ich diese da kann jetzt nur zwei leute reinpassen da hier können wir leider keinen panzer kaufen aber ich hole mir einen flash schön mit dem quad rumfahren ah ich glaube ja für den flash habe ich auch was uns zugefügt und zwar haben wir von mir dran sooo also warte die straße hier runter eigentlich na gut scheiß mit kimmel und korn kann ich besser ziehen eins mit diesem brotpunkt wie sehr das ist was mein flash mein hat nehmt ich weiß was wir nicht wissen wie viel hast du investiert in geld alter schwede du hast was für alle sachen aufgewertet ich hab mir die Sachen gekauft die wirklich nur fennig sind ich meine wenn man so ein flash hat und dann so fennig sind ja ein skin wirklich nur fennig ein skin ja das stimmt allerdings ja ach 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 das hab ich ganz vergessen wir müssen sollen wieder zum vorkup eigentlich ach du scheiße du hast den Rea deinem gewand ja warum ja ich find's richtig ich bin mal da mit den hinterländischen station gefahren ne ich bin durch die tür rein und dann alles gemeldet über fahre rein und auch richtig das ist der ruf macht hier lange du wollt ja nicht hin ja ich dachte so ein Weg kommt die station rein hin oder immer um wer sitzt mir ist egal wir sind erstmal wieder zusammen das ist doch schon ein schritt wie richtig komm wir fahren zum Weg komm wir fahren zum Weg und er ist ein Kilometer mit weg dann kriegen wir ab ich fahr mal voraus mit meinem MD und geb hier ein bisschen an mit welcher Taste kann man Tricks machen Tricks mit Leer Taste das ist ein falsches Computerspiel wir werden anfangen du bist nur eine von was das ist ich sag doch quatsch 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 oder okay so jetzt jetzt erst mal ob wenn die Die Hells Angels. Alles hier so parken. Ja ist ein Quad in der Mitte durchziehen. Wir sind die Hells Angels. Ich hab kein Zugriff auf die Fahrzeuge hier. Kommt wir schnappen uns ein Punkt ab. Nein da muss der Snipe auch hacken. Wir können uns schon mal den Punkt ab schnappen. Einfach hier neben stellen oder so. Das geht gemein. Kannst gar nicht drauf springen oder? Ah, okay, du fährst nicht mit, du bleibst an deiner Stelle stehen. Achso, Frenzy Fire ist hier an, das vergesse ich immer. Ja, ja, vorsichtig. Ich sag nur, ich hab den Rücken geballert, oh, hab ich nicht gesehen und so, ne? Ich war ganz aus Versehen, das wollte ich gar nicht. Geht in einem Moment mit mir durch. Boah, so ein einleitendes Gesicht, da muss ich immer reinschießen. Da fliegt was, aber das ist kein... Nee, das ist ein Moskito. Ja, das ist... Nee, ein Librarator, ne? Was ist das denn? Irgendwas ist explodiert. Das hätten wir. Hier ist eigentlich ein guter Platz, um den Sundra abzustellen. Ja, um dann respawnen zu machen. Ja, weil A weit weg ist. Ja, wir müssen aber... Ja, die Station ist automatisch um uns. Das checke ich jetzt durch, das musst du mir mal erklären. Wir haben den Punkt eingenommen und die Terminanz, sein Gott, die automatisch um uns. Copy. Nein, die war neutral. Das ist ja, pass auf, da hast du ja hier, die sind, die sind, die... Da ist ja der Checkpoint. Da hätten die Gegner. Lass mal alle zur Creeper. Ich bin ja nie schon, als Einziger schon wieder hoch. Ich weiß nicht, wo ist mein Squad geparkt? Mein Squad. Mein Squad geparkt. Du siehst ja mit dem Lenkrad. Au! Habe ich dich überfahren? Nee, aber angefangen. Ach du Scheiße. Ja, das sieht ja nicht so nice aus dem Gegeschäft. Die sind halt immer ausschalten, hab ich das Gefühl. Ja, soll ich noch ein Panzer holen? Ja, wer kann's gut? Ja, dann hol dich auch ein Panzer. Nein, einer. Na gut. Es ist weg, Sandra. Ja, das ist bei mir. Geh ran. Ich bin mitten in der Aufnahme. Nimm die andere an. Wo ist das denn? Nein. Ah Gott. Nimm dir den immer noch? Ich sehe, du der Seller. Hallo, Lukas. Du kommst wieder nach Hause? Bei Lightning Coney. Bei Lightning Coney. Heißt du eigentlich keine Liga? Lalalala. Ja. Wollt ich noch Minecraft wieder spielen? Ja, die Schwester in der Geburtstag. ich bin tot, ähm, ich bin gleich wieder dran da ähm einfach mal allein mit dem immer noch aufkriegen ach, wir nehmen davon ach so warum wollt ihr ein Stolz? da hat jeder seine eigene Theorie und da ist wieder da keiner trifft bei diesem Video lernt ja wie man nicht spielen soll das passt ja ok der ist kaputt ist hier sonst eins? ist eben kaputt, was da warst du? da ist noch ein zweites da sitzt sich jetzt jemand ran da sitzt sich jetzt jemand ran mit dem Panzer zu treffen ist echt ne Kunst mit dem Panzer zu treffen ist echt ne Kunst also hier ist ein Sandler direkt hier dran vor dem Schild also hier ist ein Sandler direkt hier dran vor dem Schild Generator in Gefahr ich habe Unmengen an Punkten heute nur damit da durchgesammelt, dass ich hier geschützt Türme zerstört habe ja, den Engineer habe ich mal abgeschaltet ja deswegen immer bewegen oder direkt unter das Geschütz fahren oder Jungchen ich spiele das Spiel schon länger ich weiß ich weiß Achtung wir sind ja nicht weiter bei den Schirmen leider und kapum wo soll ich spawnen mach den Sandler, japla Boku Quetschtower okay bleib liegen Alfa, äh, Alfa, bleib liegen du bist schon zu tot, tu mir leid Alfa, 360, zurück so, wo soll ich denn am besten fahren du bist tot, Alfa, tu mir leid ich konnte dich nicht wiederbeleben eine Stunde du hast schon gestunken ja genau wenn er nämlich Gummelt ja, wenn er nämlich Gummelt kann man sich da wiederbeleben hm, wenn ich nicht rausgeflogen bin wenn man zu lange aufgabelt dann fliegt man ja raus ich sehe die Station jetzt hier ist unsere Station wieso kommen wir nicht in die Schilde rein also wir können nicht ganz sonst hab ich das Gefühl wir können oben nicht in den oberen Bereich rein ich spüre gerade die Schilde Generator in Gefahr boah boah one hit was war das denn lol hat der mich denn angegriffen das war das war einer der hat mir gerade in einem Schuss gekillt und das war keine Sniper also es wird auch es wird auch ordentlich gebackt hier also nur dann nur zur Infobox ja ja aber der hat irgendwie mit dem Panzerbrechenden Geschütze auf mich gehalten vielleicht ein Handy ein Handy? ein Paddy ein Paddy nein das war so ein Explosivgeschoss der hat mich doll gezielt der hat einfach noch ein Liberator ist natürlich viel härter aber ich hol mir mal hier so eine Moskito oder? aber bei der brauchen wir immer 2 gute Leute gute Leute die Schüsse so der Generator ist down Generator zerstört. Super. So, bin ich fertig mit Joko. Das geht jetzt auch auf. Okay, mit Flugobjekten kann ich nicht umgehen. Ich hab's gesehen. Ich dachte nur schon... Ich hab die Explosion gehört. Wie gesagt habe ich schon einen Teil an mir vorbeifliegen. Ah, Sandra steht hier. Sehr schön. Sandra ist wieder da? Sandra. Ja. Ach, Mensch, Sandra. Vermisst er. Ach, das ist ja nicht...